Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich fürchte, Madames Kutscher muss wohl bereit sein, in den Stallungen zu schlafen. Oh, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, dass jemand hier ist. Ah, gleich wird das Mittagessen fertig sein. Wir erwarten die Nichte seiner Lordschaft, Sophie. Cecil, tust du mir einen kleinen Gefallen? Mhm. In der rechten, ich glaube, in der rechten Tasche meiner Weste ist ein Ring. Meine Güte! Ist er nicht wunderschön? Er ist fast so schön wie du, Cecil. Und genau wie du ist er auch überaus kostbar. Willst du ihn nicht mal anprobieren, um zu sehen, ob er passt? Hm. Bisschen zu locker. Ja. Und wenn du auch ein bisschen locker sein könntest, dann würde ich ihn dir womöglich schenken. Hm. Ich bin kein leichtes Mädchen. Nein, aber du musst kein leichtes Mädchen sein, um den Ring zu nehmen und ihn zu leicht verdientem Geld zu machen. Hm. Nein. Danke. Passt mir nicht. Ja, verstehe. Jetzt willst du mich bestrafen, weil ich gewagt habe, ihn dir anzubieten. Nicht wahr? Darf ich fragen, wie du das machen willst, mein süßer kleiner Engel? Hm? Ich habe nichts derartiges vor, Signore. Willst du mich in dich verliebt machen, damit ich dann Höllenqualen leide? Mit eurer Erlaubnis werde ich mich jetzt zurückziehen, Signore Casanova. Eines weiß ich. Ich werde zumindest von deiner Offenheit profitieren und immer auf der Hut sein. Aber wie kann ich das, ohne dieses Haus zu verlassen? Und wir beide wissen, ich werde dieses Haus nie verlassen. Erst wenn man mich in einer hölzernen Kiste hinausträgt. Sagen Sie nicht so etwas Böses, Signore. Seit wann willst du mich unglücklich machen und mit mir herumspielen, so lange, bis ich meinen Verstand verliere? Hm? Du hast gesagt, dass ich dich wie ein Tier behandle, wie eine Prostituierte. Du sagst, du weißt, dass ich wahnsinnig in dich verliebt bin. Du sagst, dass du mich auch liebst und dass du mich befriedigen willst. Und trotzdem findest du immer wieder einen Grund, es niemals zu tun. Weißt du denn nicht, dass es nichts Demütigenderes für einen Mann gibt, als immer wieder zurückgewiesen zu werden von einer Frau, für die er bringt? Signore Casanova. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln, Signore. Nein, nein, nein. Ich hab dich im Voraus bezahlt. Du hast all mein Geld bekommen und du hast mich belogen. Du hast mich belogen. Und ich war dumm genug, dir zu glauben. So lange, bis ich dann mit meinen eigenen Augen sah, was Shakespeare beschreibt als das Tier mit den zwei Rücken. Du und der Perückenmacher. Du hast mich ruiniert.